herzlich willkommen zu einer neuen folge zu ein neustart meiner neuen serie ob der irgendwo thüringen karte zuerst beginnen wir mit dem landkauf für den hof ich habe mir für hoch 3 entschieden der ist für mich persönlich am besten gelegen dicht am sägewerk wie holz ansonsten naja und feld 60 mit entsprechender größe und leichte frucht haben und da werden wir einfach kaufen dann werden wir das land auf der bga kaufen beziehungsweise wo der hof 3 ist dann werden wir uns dann die wiese zulegen und das sollte man gereicht haben jetzt werden wir als nächstes gleich feld 60 düng wir haben ein bisschen geld dazu kaufen wir mal einen traktor mein favorit für den ersten anfang ist der messe ferguson dazu werden wir ihm als erstes mal gleich pflegebereitung nehmen stärkste mutausführung mieten wie immer dazu werden wir gleich den düngerschneider kaufen jünger technik das ist ja mehrere auswahlmöglichkeiten ich glaube der kann auch kalt 4000 und der original der 3200 und der brande 4.000 dünner der kostet 28.000 die kaufen wir uns auf farbe immer rot passend zum traktor beziehungsweise aber ich vom brandl ist dann werden uns gleich ein ein silo besorgen dünner dazu müssen wir dahin bewegen auf 3 aber die karte mit größer machen die richtung das machen wir anders da werden wir gleich aufgehen besuchen wir gleich so ich brauche nicht lange herz jetzt kann man normal das menü für Saatgut Zirne Dünger Mist wie ihr da wohin wollen ne gut dann machen wir mal einen Traktor Hörer noch ein Gewicht kauen damit wir Dünger ist ein bisschen Gewicht haben nimm mal rot nimm mal rot dann kommen wir gleich zum Hof ohne Cosplay gehen wir mal auf die kleine Karte nehmen noch zurechtfinden hier und der ist zu groß der ist ein Blitz zu groß ich fahre aber schnell so ja da ist sicher keine richtung dann gehts rechts Dünger mal schnell zum Hof Dünger mal schnell zum Hof zunächst mal der Vierfahrtkarte alles ein bisschen neuer entfernt aber das krieg wir hinten so sie sie und so sie sie Schnell das Feldstück bekommen noch. Es geht leicht bergauf, die Völkern fliegen wieder weg. Das ist die erste Folge in der Reihe auf irgendwo einer Chirurgkarte. So, hier, wo schon ein Hof ist. 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 So, hier, wo wir vorstorer. diverses sehen dass wir eine wieder am anfang jetzt mal anders jetzt nämlich farmhouse zwar ein liegestuhl die karte größer machen das ist zwar jetzt von der große allgemein ist so dass man nicht erkennen kann wie groß abland ist es wäre nicht verkehrt das ungefähr wüsste ungefähr was kann man sagen und bild wurde ich oben mehr links und dringend wort teich so mit da die schlafklinge hier hinstellen provisorisch dünner dann machen wir gleich Saatgut dann machen wir gleich Kalk haben wir Kalk 1 brauchen noch Herbizide können wir mit drehen wenn du was was fehlen sollte kann man ja immer noch gegänzen wie ist der natürlich ist etwas ich habe mir gedacht ich muss den Dinger drehen dann 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 macht natürlich sinn wenn man den voll machen diesen trägt er und halt nach vorne hat genau das ihre führend so von dem freunde das sollte schon mal gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen dann schaut mal zur nächsten folge auch bitte rein bei bei bis dann ja 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 ja